Geht uns aus dem Weg. Ich bring euch alle, äh, hinter den Garten. So. Hammer, Hammer. Alles einsammeln und let's go. Und hier kommt wahrscheinlich ein Vetter, oder? Ja. Um Briefe zu schreiben. Ähm. Ich glaub, wir hätten nicht laufen sollen. Ich glaub, der große... Ja, natürlich kommt der wieder. Gegen den haben wir doch gerade so überlebt. Warum kommt der jetzt wieder? Und wir sind tot. Wir sind sowas von tot. Wir sind tot. Und wir sind noch nicht hin. Wir sind tot. Wir haben die Karte geschlossen, oder? Kommen die Karte weg, oder? Warte, da müssen wir drauf, da müssen wir drauf. Oh fuck, oh fuck. Dich machen wir platt, jawoll. Weg mit dem Fisch. Und, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Das war eine sehr blöde Idee. Oh, das war eine sehr, sehr blöde Idee. Guck mal, wir haben ihm auf jeden Fall einen Kratzer zugefügt. Um den Rest, jawoll. Wir sind für den Rest zuständig. Okay, ähm, weil wir so viel davon haben, wir haben sie nicht hergebracht, wir wollen sie hier entfernen. Wir sind die Kammerjäger oder Ghostbusters, je nachdem, was du willst. Du sagst mich. Du sagst uns alle. Du sagst uns nicht, dass du dich nicht sagen kannst. Geh raus, geh raus. Was ist der Fall mit you people? Sie versucht euch zu helfen. Um... Wir müssen es erst rausnehmen. So, können wir dich jetzt endlich... Ich glaube, das brauchen wir ja. Wir machen die ganze Stadt hier kaputt. Wir machen hier alles, wir zerstören hier alles. Ich sehe es jetzt schon. Wenn das jetzt den nicht getötet hat, ne? Huh? Äh, was? Natürlich. Weit, weit. Ich heil mich gleich mal. Oh, okay. Alter, geh doch da hoch. Alter. Also muss ich die erst kaputt machen, oder was? Dachte ich mir. Oh. Äh. Ich... Sagt du doch. Ich wollte schon sagen. Ich wollte ihn doch eigentlich hoch treiben. Könnt ihr den jetzt mal bitte... Und du ziehst dir mal irgendwann mal was an, ne? Gut. Ist jemand ein bisschen aggressiv hier, ne? We should join her. Right. Oh. Level 10. Arzneik. Alter. Spring in diesem Spiel, ne? Ist schon schwierig genug. Ah, hier. Ja. 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 Das müsste doch jetzt endlich mal gewesen sein, oder? Mädel. Don't do that. Und... Ohnmächtig. Kaine. Es ist mir. Grandmom. Oh, wie du wirst. Kaine! Was ist falsch? Oh, es schützt mein Herz. Oh, nein. Wir müssen dich wiedersehen. Du äh. Ja, du wirst. Vier, Kaine. Vierkli. Vierkli. Vierkli, Vierkli. Was? Was? Okay, das bringt aber meine Theorie von diesem Spiel sehr, sehr weit. Okay, man kann auch runterfallen. Okay. Okay. Oh nein, das ist nicht gut. Das hast du toll gemacht, aber das ist nicht gut. Und wir sind tot. Oh, wir haben es aufgespießt. Und Kaine? Kaine? Was? Was? Da ist jemand verliebt. Was? Also weiß in Dingen. Was? 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 Oh my God. Meine vermutung ist, dass die Schatten ehemalig Menschen waren, die zu Schatten geworden sind. Und ich habe die Befürchtung, dass diese Runenpest diese Krankheit ist, die das auslöst. We need to head back to the village, then leave by the east gate. I imagine a tone such as myself will find an arid desert climate quite delightful. Greif den doch an! Helf uns! Okay, schade, das wird sie nicht tun, oder nicht so wie ich das sagte. Sie hilft uns vor denen, aber nicht vor dem... Okay. Das mit den Blocken habe ich noch nicht so verfällt draus. Na ja, ist ja auch nicht so schlimm. Oh, können wir jetzt mit ihr zu Madamechen, äh, zu unserer kleinen Chester gehen und, äh, sie ihr vorstellen als, äh, ihre neue Mama? Hä? Was ist denn? Ich warte draußen. Was? Warum? Es ist warte, es ist gut. Ich würde, wenn du aus einer anderen Exit gehst, dann werde ich dich dort treffen. Sind Sie sicher? Ich weiß, Yona würde wirklich... Hm. Nimm dich jetzt nicht auf die Frage. Nicht jeder mag die Firma. Okay. Ich sehe dich in ein bisschen. Ach, Mann! Ich dachte, ich habe genau das gleiche gedacht wie er. Vielleicht könnten wir sie vorstellen und, äh, Cuteness Overlord und so. Overload. Speicher mal. Schade, sie will nicht in dieses Dorf. Das finde ich... Ah, ein Brief. Ich mache mir Sorgen um dich. Ich kann es dir drehen. Immer wenn ich daran denke. Wie sauer du bist, macht mich das Traurig. Oh, ich wünsch dir nicht so viel Sorgen um mich machen. Denn dich leiden zu sehen ist. Wie schlimm war das? Ohhhh... Why?! Magietroffenen. Ich frage mich auch, warum Geld immer wieder in unserer Wohnung ist. Wenn ich das nicht hole. Oder wenn ich das nicht, äh... Ja. Dann holen wir sofort. Oh, wie süß. Okay. Let's go. Also, Nier Replicant hat eine viel positivere Ausstrahlung als Nier Automata. Bis jetzt. Vielleicht, und ich hoffe es nicht, wird das noch düsterer. So, Melon. Melon kriege ich doch bestimmt bei Madame Lebensmittel. Nein! Wo kriege ich Melon? Ich brauche die prallesten, saftigsten Melonen, die ich kriegen kann. Nein. Sie hilft mir nur bei Gartenarbeit. Ich hoffe, du brauchst... Ich hab doch Hammelfleisch. Wie viel will die denn? Wahrscheinlich wieder zehn Stück, ne? So viel hab ich wahrscheinlich nicht gesucht. Oder gefunden. Ha, 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 ha. Hammelfleisch. Ja, sechs. Okay. Dann, äh, 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 warte, warte, einen Moment. Oststraße. Jawohl. Dachte ich mir schon, dass ich hier falsch bin. Ich bin immer auf dem falschen Weg. Bären. Mhm, mhm, okay. Öhmchen, wie geht's? Wie geht's? Wir gehen nochmal zum Popular. Vielleicht hat die noch irgendwas für uns. Ich bin ja immer so ein bisschen, äh, ich laufe lieber zweimal als, äh, drei-, viermal. Okay, ich dachte, vielleicht gibt's noch irgendwas. Von wegen... Äh, die ist so süß. Die ist so, die ist so knuffig. Ich hasse ja, das ist... Sehr stark, wenn... Solche... Immer wieder Probleme, oder... Also, so liebe Menschen einfach immer... Ja, wenn so lieben Menschen einfach immer so Schlechtes passiert, ist einfach schrecklich. Okay, das finde ich halt jetzt echt komisch. Wie kamen die da hin? Wie kamen die da hin? Was mit ihr da hin? No, I never will. No. So, I choke you down just like a pill. Oh, yeah. I'll take you like a pill. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020